Grüß Gott, Freddy, warum sprichst du nicht mehr mit mir? Das glaube ich ja nicht, ich höre Stimmen, da bin ich heute noch gar nicht geheizt. Freddy, warum erkennst du deinen Herrn nicht mehr? Ja, welcher Herr und wann ja, wo bist du? Ich, der Herr, bin allgegenwärtig, das solltest du doch wissen. Ja, das kann natürlich jeder behaupten, gell? Bitte sehr, wenn ihr Menschen immer noch auf diese Special Effects steht. Oh, der Herr, der mit dem brennenden Busch und dem Moses und so. Freut mich, ich bin Freddy. Du, hast mir nicht zu wert. Freut mich auch. Freut mich auch. Ich bin, du weisst schon. So gut, du. Und, wie läuft es immer so? Hast du Stress? Ich kann nicht klagen. Du, aber wieso hast du mir jetzt so geliebt? Angebrannt, geht es um das Gleiche wie dort mit dem Moses und so. Nein, so etwas verhandle ich natürlich nicht mit einem Reformierten. Was? Also, dass du so parteiisch bist bist du? War ja nur ein kleiner Scherz. Ich mische mich nicht in die irdische Glaubensbürokratie ein. Ja, das war ein guter Joke. Den hast du dann aber gebracht. Aber, äh, was willst du jetzt von mir? Nichts. Ich wollte mich nur mit jemandem unterhalten. Einfach wieder mal ein dummes Zeug schnurren, wie wir im Aargau sagen. Jesus Gott, du bist Aargauer. Sorry, wegen dem Jesus, gell. Aber weisst der Bischof von Chur, dass du Aargauer bist? Also, du, los, ich muss weiter, gell. Tschüss. Freddy, hast du noch eine Frage oder einen Wunsch? Nein, nein, da weisst du, ich muss noch weiter. Ich habe noch zu tun, also heb es noch gut, gell. Moment, schnell. Doch, weisst du was? Du könntest mir doch noch schnell Feuer geben, he? Danke, Herr. Gerne geschehen. Also, dann hasta la victoria siempre. Moment, nein, ich habe also schon eine Frage. Warum machst du das immer mit diesen Erdbeben und diesen Überschwemmungen gegen diese armen Siechen? Warum? Hey, hallo? Der gewünschte Busch ist zurzeit nicht erreichbar. Du, ich glaube, ich bin da immer in einem ganz abgefrorenen Trip hinein, du. Ich glaube, ich bin da nicht. Du, ich bin da nicht. Du. Wir sind da nicht. Vielen Dank.